hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum nunmehr sechsten teil meiner serie modetrends für den herbst und den winter 2016 ja wir sind schon bei teil 6 angelangt und ich freue mich sehr dass sie nach wie vor zuschauer interesse habt im heutigen herbst drin geht es um die schwarzen sneaker und zwar ist es ein trend den ehrlich gesagt ich zum trend erkoren habe denn ich habe jetzt irgendwie nirgends sonst darüber gelesen oder so das war jetzt auch nirgends großartiges thema aber ich glaube fest daran dass wir dieses jahr sehr viele schwarze sneaker sehen werden ehrlicherweise haben den trend eine freundin und ich zusammen kreiert sozusagen genau also an dieser stelle noch mal dankeschön für den tipp ja genau und ich stelle euch in diesem video den trend wieder kurz vor zeige natürlich die schönsten teile aus den online shops und gebe euch tipps wie den trend am besten kombiniert seit ungefähr ich würde mal sagen zwei jahren sind ja weiße sneaker nicht mehr von den straßen weg zu denken die haben super super großes revival erlebt auch ganz ganz viele alte modelle kamen auf einmal wieder seien es den smith oder superstars oder auch klassische chucks superger fast alles war ja schon mal da kommt jetzt wieder stichpunkt revival auch sneaker erleben irgendwie ständiges revival beziehungsweise sind auch nie wirklich weg wobei bei den weißen sneaker man ja schon von dem revival sprechen kann denn zum beispiel als ich jung war ja es ist schon etwas länger her waren superstars und auch chucks schon mal mega modern und die kam jetzt einfach in den letzten jahren wieder zurück und lustigerweise als ich den beitrag vorbereitet habe habe ich gemerkt ja ich bin geisteskrank dass ich und das ist nur eine kleine auswahl ich muss mal gucken ob ich das hinkriege natürlich auch alle modelle vorrätig habe klar wie sollte es anders sein man braucht auch von jedem modell dann gleich mehrere farben und ja kurze randnotiz zu den weißen sneaker ich habe auch ein einziges paar schwarze sneaker und zwar diese hier die habe ich mir schon vor einigen jahren gekauft als diese chucks aus leder meine zeit lang diese mega ihnen waren ja aber irgendwie natürlich brauche ich jetzt auch wieder ein neues paar schwarze sneaker nicht dass man sich mit denen zufrieden geben könnte nein ich habe natürlich schon super viel in den online shops gesehen die zeige ich euch nachher auch noch zum thema wie ihr schwarze sneaker kombinieren können das finde ich diesmal wirklich irgendwie von allen trends am einfachsten ich sag zwar immer dass die sachen leicht zu kombinieren sind aber diesmal stimmt es wirklich ich weiß gar nicht mir fällt nichts ein was man zu schwarzen sneaker irgendwie nicht kombinieren könnte heutzutage sage ich mal klar früher sah das vielleicht anders aus aber mittlerweile trägt ja jeder alles überall selbst auf dem roten teppich oder so sieht man ja mittlerweile gerade männer oft in sneaker deshalb meine bitte an euch falls euch irgendwas einfällt was ihr zu schwarzen sneaker auf gar keinen fall kombinieren schreibt mir gerne einen kommentar denn ich bin sehr gespannt mir ist nämlich nichts eingefallen natürlich muss ich den running gag auch an dieser stelle wieder bringen aber es stimmt wirklich zumindest meine weißen sneaker habe ich super oft zu einer schwarzen skinny jeans angezogen denn ich finde man kann dazu zwar alles kombinieren aber ich mag besonders gerne wenn ich sneaker an habe eher clean looks dazu anziehen also ich mag das total gerne schwarze oder weiße sneaker und dann eine schwarze hose und eher clean ist oder klassisches oberteil ich finde einfach damit wird dieser sportliche hat so ein bisschen gebrochen und wirkt ein bisschen schicker und ich bin jetzt nicht so der mega sportliche typ und deshalb habe ich das ganz gerne wenn das dann so ein bisschen schicker wirkt aber natürlich kann man sie auch etwas ausgefallener kombinieren ich fände zum beispiel dieses top was ich heute an habe mit schwarzen sneaker super schön also zum beispiel wenn man in der gleichen fahrfamilie bleibt sieht es sehr sehr schön aus auch grau würde gut gehen oder ja farbentechnisch eigentlich fast alles aber auch hierzu passen wieder andere herbst trends zum beispiel habe ich das kürzlich irgendwo bei instagram gesehen und das fand ich total cool wenn man so einen blumenstickerei trend zum beispiel zu schwarzen chucks kombiniert wird dieser romantische stil irgendwie total cool aufgebrochen und das gefällt mir sehr sehr gut gleiches gilt für das thema samt und zwar gibt es natürlich dieses jahr nicht nur samt stiefeletten die ich euch ja in dem trend vorgestellt habe sondern es gibt auch ganz ganz viele andere teile aus samt zum beispiel zusammen slip dress kleider was ich mega cool finde ich habe noch keins aber ich überlege mir echt eins zu kaufen und wenn man da drunter zum beispiel so einen dünnen rolli trägt im winter oder im herbst vielleicht longsleeve oder ein t shirt und dann dazu schwarze sneaker kombiniert stelle ich mir echt super super schön vor und je länger ich darüber spreche und desto mehr merke ich dass ich irgendwie immer cool finde wenn man sowas schickes oder verspieltes aufbricht mit sneaker genau also wie ihr wahrscheinlich mittlerweile gemerkt habt ich habe es gerade eben auch schon gesagt wenn ich jetzt nicht so der sportliche typ also ich würde es nicht zu schwarzen sneaker noch einen kapuzenpulli kombinieren und eine weite hose kann man natürlich machen geschmäcker sind verschieden um gottes willen wie gesagt ich habe ja eben gesagt die passen zu allem und natürlich kann man die auch super gut sportlich kombinieren ich persönlich finde es schöner wenn man einfach andere stile damit bricht und bei der recherche für diesen beitrag habe ich natürlich die online shops wieder durchstöbert und ich sehe immer so viele sachen wenn ich die beiträge vorbereitet ich kann gar nichts dafür denn die muss ich dann irgendwie alle kaufen beziehungsweise krieg sie nicht mehr aus dem kopf und ich habe euch die drei meine drei favorite modelle rausgesucht und irgendeines von denen werde ich mir auch auf jeden fall kaufen zum einen ein klassisches paar schwarze chucks ich glaube fast dass dies werden weil ich habe mir mittlerweile angewöhnt oder nein ich habe es mir nicht angewöhnt ich habe es mir vorgenommen beim kauf von klamotten mir schon vorher mal zu überlegen wozu ich die kombinieren würde was mir da alles einfällt und bei schwarzen klassischen chucks fällt mir irgendwie spontan am allermeisten ein was man dazu anziehen könnte genau deshalb habe ich die euch auch rausgesucht das ist einfach ein styling wunder ist ein klassiker kann man wahrscheinlich immer anziehen und ja es einfach sehr sehr gut zu kombinieren da schwarzer sneaker das zweite modell welches ich nicht weniger cool finde und ja ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden ist auf jeden fall dieser schwarze riebock ist auch ein klassiker der jetzt gerade wiederkommt genauso schön wie das schwarze chuck nur ich irgendwie fällt mir dazu weniger kombinationsmöglichkeiten ein oder ja ich weiß nicht also ich stelle mir die zum beispiel cool vor zu so einem dicken strickpulli und einer dunklen hose oder auch mit einem so ein bisschen engeren pencil skirt finde ich das total cool wenn man dann da so einen dünneren pulli reinsteckt und dann eine strumpfose und die schuhe dazu sieht auch super aus ja mir fällt dazu auch sehr viel ein dann habe ich bei der recherche für diesen für dieses video noch ein modell von superga entdeckt und zwar mit einer plateau sohle das ist ja das pendant von moment ich muss mich ganz kurz drücken von diesen schuhen die ich ich habe es euch glaube ich schon mal erzählt oder bei snapchat oder irgendwo gesnappt die ich irgendwie nur noch an hatte diesen sommer seit ich sie habe und deshalb habe ich mir gedacht ja kann ja sein dass ich dann auch die supergas fast nur noch anziehe kombinationsmöglichkeiten gibt es auch da ohne ende ja keine ahnung ich weiß es nicht ich bin etwas über freund falls ihr einen tipp habt schreibt mir doch bitte auch das gerne in die kommentare also welchen würdet ihr nehmen würdet ihr den chuck nehmen den superga oder den rebook welcher gefällt euch am besten welchen würdet ihr mir empfehlen und ja auch zum superga kann man super viel kombinieren genau und der wird nicht so schnell dreckig wie der chuck ich weiß es nur nicht vielleicht kauf ich auch alle drei nein das mache ich auf gar keinen fall zusätzlich zu den drei modellen die ich euch rausgesucht habe und natürlich unten verlinkt habe ich euch auch noch ein paar andere modelle verlinkt die ich auch super super cool finde und ja ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe das video hat euch gefallen ich freue mich sehr eure kommentare zu lesen und zwar erstens ob ich irgendwas einfällt was nicht zu schwarzen sneakern passt und welchen ihr mir empfehlen würdet zu kaufen dann freue ich mich natürlich über einen daumen hoch für dieses video und falls ihr lust habt dann abonniert doch auch gerne meinen youtube-kanal ich bedanke mich ganz arg fürs zuschauen und ja bis zum nächsten mal ebenfalls beim thema samt finde ich das total cool dazu schwarze sneaker zu kombinieren also es gibt ja nicht nur schwanz jetzt geht's los ok ich werde ganz rot vor lauter aufregung bis zum nächsten mal Vielen Dank.